Das frühere Supertalent Sinan Kurt verlässt Hertha BSC. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der 22-Jährige zum österreichischen Zweitligisten WSG Wattens. Kurzvertrag in der Hauptstadt lief ursprünglich noch bis Saisonsende. Der Mittelfeldspieler war 2016 vom Rekordmeister Bayern München zu Hertha gekommen. Bildergalerie Die gescheiterten Wunderkinder 79 Bilderwattens ist sowas wie die letzte Chance für ihn, zurück in den Fokus der Bundesliga zu gelangen, sagte kurzneuer Trainer Thomas Silberbege. Anzeige Tatsächlich hatte sich Kurt weder bei Bayern noch bei den Berlinern durchsetzen können. In der laufenden Saison machte er für Herthas Profit ihm kein Spiel, insgesamt kam er überhaupt nur dreimal für Berlin in Pflichtspielen zum Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017